Ein sehr wichtiger Moment, den wir erlebt haben. Aber ich glaube, da kann Johannes am besten mal selber erzählen, was da passiert ist. Ich meine, zum Look da fühlt es jeder zu dem Zeitpunkt, der mit uns im Team gespielt hat, auf jeden Fall 100%. Es gibt nicht zu viel zu sagen. Dieser Moment war auf jeden Fall für jeden Einzelnen bei uns im Team und der Organisation, es war auf jeden Fall ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt die Qualifikation für das Spiel war oder das erste oder das zweite Spiel war. Das dritte Spiel, nach dem dritten Spiel. Nach dem dritten Spiel, also da haben wir uns qualifiziert. Da wurden wir Legends da. Legends, ja. Also das war das Spiel gegen SK. Welches Jahr war das? 2017. Das war in Krakau. Das war nach der Kaka-Fu-Runde, wo er sich über das Timeout gefreut hatte, 15-14 für uns. Die kommen Mitte hoch und wollen zu CT, wie heißt das, Connector durchpushen, aber flangen. Und dann hat Nico, glaube ich, HE reingeworfen oder du und einer hat zwei weggespampt da durch. Dann hat Fati Mitte oben einen Refrag gehabt von kurz aus. Aber wo ich den letzten Kill gemacht habe. Und dann hast du erstmal Phelps ein Gesicht gegeben, als du von fast CT zu B gezielt hast. Und dann bist du über die Smoke auf die Boxen hochgegangen und Cold Zero ist unter dir durch. Und dann, der Rest ist, glaube ich, Geschichte mit 16-14. Aber sowas kann. Du erinnerst dich ja auch an alle Details noch. Ja, ich weiß noch. Das erwartet nicht von mir, dass ich noch irgendwas von der Arbeitsweise. Das war... Sagst du so zu unserem Style-Roman? Ja, dich sieht man nicht. Kevin hatte keinen Bart, das können wir hier schon mal sagen. Deswegen haben wir ihn verdeckt da. Fati hat so gut gemacht. Johannes hat auf jeden Fall seinen Bart schon gehabt, aber den sieht man gerade auch nicht. Also jetzt kleinen Bartwuchs da, den kann man nicht als Bart bezeichnen, aber... Da warst du noch jung und wild. Da war ich noch jung und wild, auf jeden Fall. Aber da haben wir auch nicht so viel Wert auf sowas gelegt. Da haben wir einfach nur auf Gewinn geschaut und nicht aufs Optische. Und heute schauen wir aufs Optische und Gewinn nicht mehr. Das stimmt so nicht. Ja, aber... Also das war, wie du gesagt hast, auf jeden Fall... Auf jeden Fall ein Meilenstein für Baker. Unser erster krasser Erfolg. Wobei, meiner vorher und Major-Qualifier war auch nicht wirklich schlechter. Aber das ist halt das erste deutsche Team, was es geschafft hat. Es war ja nicht nur dieses Spiel, sondern dieser ganze Weg von Open-Qualifier und so weiter. Der Weg, wie wir den Qualifier rasiert haben. Das Miner-Gewinn. Ja. Das war schon eklig, aber war geil. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist hier. Bis zum nächsten Mal. as it